Der Let's Player Let's Play Markus mit über 200.000 Abonnenten hat in seinem Video den Lochis vorgeworfen, dass das Tauze Video aus der Serie Lochis vs. Lochis Fake ist. Ich zeige euch jedoch in diesem Video, wieso dieser Vorwurf falsch ist. Bevor ich aber auf Let's Play Markus Argumentation eingehe, möchte ich euch empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, damit ihr über YouTube News Themen auf dem Laufenden bleibt. So, aber jetzt wieder zum Thema. Die Lochis haben vor einer Woche ein Video mit dem Namen Lochis vs. Lochis Tauze mit 100 Menschen hochgeladen. In diesem treten die Zwillinge beim Tauziehen gegeneinander an. Nur so nebenbei, das sind niemals 100 Menschen. Und? Habt ihr nachgezählt? Ich schon. Um die 20 Teilnehmer auf jeder Seite. Also ist das Tauziehen mit 40 und nicht mit 100 Menschen. Dieses Video soll aber nicht um den Clickbait von Lochis gehen, sondern sich mit den Vorwürfen gegenüber ihnen beschäftigen. Die Frage, die sich einige von euch bestimmt gestellt haben ist, wieso behandelt ein Let's Player die Lochis in seinem Video? Ganz einfach, er war mit seiner damals 13-jährigen Schwägerin bei dem Dreh des Videos dabei. Die Schwägerin hat beim Seilziehen mitgemacht, ist auf dem Thumbnail sogar zu sehen, kommt aber im Video gar nicht vor. Wie kann das sein, wenn sie beim Dreh dabei war? Die einzig logische Schlussfolgerung ist, dass die Lochis zweimal gedreht haben. Die Version, die im Video gezeigt wird, ist der erste Dreh. Die Schwägerin von Let's Play Markus hat beim zweiten Dreh mitgemacht und kommt aus diesem Grund auch nicht in diesem Video vor. Aber wieso gerade zwei Drehs? Let's Play Markus meint dazu. Und die denken sich verdammt, jetzt haben wir gutes Wetter, jetzt haben wir Sonne und jetzt haben wir verdammt viele Leute hier. Wollen wir das nicht vielleicht nochmal drehen? Und ja, so wurde das dann gemacht. Bis hierhin stimme ich mit Markus überein. Er meint jedoch, dass die beiden Drehs zu einer Version zusammengeschnitten wurden. Ausschnitte von beiden Drehs sollen also im Video sein. Das begründet er zum Beispiel mit den verschiedenen Wetterlagen. Die erste Version wurde bei schlechtem Wetter gedreht und die zweite dann aufgrund des relativ guten Wetters. Die zweite Anmoderation auf dem Karolienplatz ist die, die man im Video sieht. Ja, wo die Sonne schon raus ist, aber die Jacke und ein bisschen die Haare sind durchschnässt. Einfach weil, das hat schon geregnet die ganze Zeit. Was Markus jedoch nicht bedenkt ist, dass bereits bei der ersten Version der Boden nass ist, es also vorher geregnet hat. Um meine Argumentation verstehen zu können, sollte ich kurz erklären, wie ich Ausschnitte zum ersten Dreh zuordne. 1. Die beiden von mir markierten Zuschauern mit den sehr auffällig aussehenden Jacken kann man öfters in gleicher Konstellation im Hintergrund sehen. Sie schauten beim ersten Dreh dem Spektakel zu. Hier in diesem neuen Ausschnitt sieht man die beiden Personen mit denselben auffälligen Jacken an dem selben Platz wie eben stehen. Man kann jetzt also mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die beiden Ausschnitte zum selben Dreh gehören. 2. Die Teilnehmer hinter den Zwillingen. Mit Hilfe unterschiedlicher Anziehsachen kann man immer gut nachvollziehen, dass die Ausschnitte zu der ersten Version gehören. Jetzt aber wieder zu Markus Argumentation zurück. Er hat nicht bedacht, dass die Lochis beim ersten Dreh schon nass waren. Es hat schon vor dem ersten Dreh geregnet, das kann man zum Beispiel an diesem Ausschnitt gut erkennen. Der Teilnehmer, den ich markiert habe, gehört ganz klar zum ersten Dreh. Ihr seht, der Boden ist nass, es hat also vor dem ersten Dreh bereits geregnet. Deswegen ist auch bei der Begrüßung die Jacke des linken Zwillings nass. Den Zuschauern wird nach Markus Meinung fälschlicherweise die Vorstellung vermittelt, dass die Ausschnitte im Video nur zu einem Malseil ziehen gehören. Ich bin jedoch der Meinung, dass das Video nur Ausschnitte aus einem Dreh beinhaltet. Um allen Zweifeln von euch entgegen zu wirken, spiele ich jetzt von jedem Ausschnitt ein Screenshot ab, der beweist, dass dieser vom ersten Dreh ist. Es ist natürlich ärgerlich, dass auf dem Thumbnail und auf Twitter Bilder des zweiten Drehs gezeigt werden. Ist den Lochis halt ein Fehler unterlaufen. Die verschiedenen Wetterlagen kann ich mir durch die Pausen beim Dreh und dem wechselhaften Wetter erklären. Ich hoffe, dass ich nicht irgendetwas übersehen habe, wenn doch, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Was meint ihr? Ist das Video von den Lochis Fake? Drücke rechts oben auf das i und stimme darüber ab. Danke fürs Zuschauen. Würde mich über eine Bewertung in Form eines Likes oder Kommentars freuen.